Oh, ABC, it's easy as 1, 2, 3, all simple and don't break me, ABC, 1, 2, 3, baby, you and me, girl. Aloha Leute, wisst ihr, es gab mal eine Zeit, da wurden Disney-Spiele noch von Capcom gemacht. Und das war auch gleichzeitig die einzige Zeit, in denen Disney-Spiele gut waren. Und DC ist nun eines der besten, Chip und Shep, die Ritter des Rechts. Man kann zu Beginn aussuchen, welches der beiden Erdhünchen man spielen will, allerdings macht es rein spielerisch null Unterschied. Ich hätte ja am liebsten den dicken Samson gespielt, aber wenigstens hilft der Dank Käse an manchen Stellen des Spiels aus. Noch effektiver ist aber Sumi. Durch den wird man unverwundbar und zusätzlich basht er noch alle Gegner auf dem Bildschirm weg. Was kann man aber sonst tun, um sich zur Wehr zu setzen? Draufspringen sagt ihr bestimmt, ha, falsch, das wird eure drei kleinen Herzchen oben links in der Ecke noch früh genug wehtun. Nein, stattdessen geht es hier ums Werfen, meistens von Kisten, manchmal mit Äpfeln und manchmal mit Holz. Aber einfach nur nach vorne werfen ist nicht genug. Nein, man kann die Kisten sogar nach oben werfen. Und wer ganz crazy ist, kann sich drin verstecken. Und wenn ein Gegner gegenrennt, dann fliegt er sofort aus dem Bildschirm. Klingt komisch, macht wenig Sinn, ist aber so. Wo wir gerade beim Gameplay sind. Ich weiß, 2D Jump'n'Runs gehören zu der simpelsten Sorte Spiel überhaupt. Dennoch bedarf es eines gewissen Könnens, ein Gutes zu fabrizieren bei all der Masse dieses Genres zu der Zeit. Hier ist das zum Glück gelungen. Die Steuerung funktioniert tadellos, es macht Spaß den Gegnern zu entkommen und ein großer Pluspunkt der alten Hasen bei diesen Spielen sofort auffällt, die Möglichkeit eine Ebene nach unten zu springen. Glaubt mir, in manchen Spielen wäre man ohne eine solche Funktion komplett verloren. Was auch noch echt cool ist, ist der 2-Spieler-Koop-Modus. Den konnte ich gerade mangelnd zweiten Spielers nicht vorfühlen, aber eigentlich ist es auch besser so. Einerseits macht es zu zweit natürlich viel mehr Spaß, aber andererseits hilft es nicht gerade, wenn man weit kommen will im Spiel. Wenn beide Spieler ungefähr das gleiche Niveau haben, mag es gehen, aber wenn einer von beiden ein Noob ist, bringt es wirklich gar nichts, weil man nur ausgebremst wird. Aber hey, worum geht es eigentlich in dieser Ausgabe der Rettungstruppe? Nun ja, die Gang bekommt einen neuen Auftrag, dass das Nachbarskätzchen verschwunden ist. Also geht's auf ins erste Level, an dessen Ende ein... was auch immer das sein mag, ist und besiegt werden möchte. Als Waffe dient dabei das rote Bällchen des Todes. Doch oh Schreck, nach gewonnenem Kampf kommt Alcazone und prallt mit seinem Masterplan. Er hat die Sache mit dem Kätzchen erfunden, um Chip und Chip abzulenken und in der Zeit Trixie zu entführen. Wow, das bringt ihm jetzt zwar eigentlich gar nichts, aber trotzdem können wir Trixie und alle Furry-Fans dieses Internets nicht hängen lassen. Und wenn ihr unter 18 seid und trotzdem wisst, was Furry bedeutet, dann schämt euch jetzt bitte im Kollektiv. Es warten nun also viele fordernde Level auf euch. Von Wäldern über Flüsse bis in ein Casino oder ein Spielzeugladen. In diesen Levels gibt es dann auch massig Gegner zu überwinden. Aber einige davon sind schon einer besonderen Erwähnung wert. Zum Beispiel die hüpfenden Eidechsen. Man muss einfach nur geradeaus laufen, weil sie immer über einen drüber springen. Und manchmal springen sie sogar aus dem Bild und Waren nicht mehr gesehen. Das einzige, was ich enttäuschend finde, sind die Endgegner. Bis auf den letzten Endgegner Alkazone gibt es nur irgendwelche komischen Tiere, die man alle gleich besiegen muss. Weiche den Geschossen aus und bewirfe sie mit der roten Liebeskugel an dem furchtbaren Wurfgeschoss, meine ich doch. Aber was wurde aus Professor Nimnull oder Kralle oder Molly? Tja, was kann ich noch sagen? Ach ja, ich habe ja schon einige Leveltypen, wie Bald und So, genannt. Aber ein bisschen auf das eigentliche Leveldesign sollte ich dann doch noch eingehen. Also da muss ich sagen, da hat man sich schon etwas mehr einfallen lassen im Gegensatz zu den Levelbossen. In manchen Leveln ist man nur am Ausweichen. In anderen geht es total ruppig mit einem Hammer zur Sache. Und in wieder anderen verwandelt sich das Spiel in die Pelztier-Variante von Mega Man. Und dass es auch noch Capcom das Spiel gemacht hat, sagt schon einiges. Und mit diesen frechen Andeutungen verabschiede ich mich für dieses Mal. Ich weiß, es hat lange gedauert, aber der Buchstabe C war echt eine Bitch. Aber bei D ist dann das Spieleangebot wieder weitaus größer. Okay, und das Video war auch diesmal auch nicht allzu lang, aber was willst du auch zu Chip und Chap so lange sagen? Also, bis denne!